Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu TTTD Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was sollte das denn? Oh scheiße hier fehlt ne Textur Ohhhh Dankeschön, dankeschön Oben fehlt ne Textur bei euch auch bei den Klöptern? Jaja, bei den Dingern da oben ja Ohhhh, heute ist echt, heute ist der Tag der Tage Ach Tobi hat keine Animation bei mir, Tobi fliegt mit Chloe Nice move Tobi, nice move Klö, mit Klö Ah Tobi da hier, war echt scheiße Boah trefffach, boah trefffach Ey stopp man Guck mal, guck mal, guck mal, blauer Schmetterling Tobi, blauer Schmetterling, guck mal Hast ihr mich, wenn ich sage, ich hab Life is Strange nie gespielt? Was? Okay Tobi nachholen, als LP Was? Tobi den musst du nachholen Was? Nee Ihr könnt das beide nicht Können wir bitte Hashtag Vote for LP bei Curry und Tobi Zusammen Ich hab mal so ein bisschen das Problem gehabt, dass mir die Synchronstimme, auch wenn mich jetzt einige hassen werden dafür, von Chloe einfach ein bisschen auf den Sack ging Was? Was? Tobi Entschuldigung Entschuldigung Nee ernsthaft, wir müssen das spielen Er meint es nicht so, er meint es nicht so Hashtags bringen Leute immer dazu, es zu tun Hashtags Willst du was sagen, die Wünsche bekamen aus Indien, Tobi? Äh, Pan? Alter Pan ist Ist Pan Alter, ich hab die Leiter runter Oder wurde sie geschubst? Ja, dann musst du ja irgendwo in der Nähe gewesen sein Nein, ich schubste nicht Ich hab gesehen, wie sie geflogen ist Vorne erhint Nick Curry hat also wieder die Beweise Ich hab nur gesehen, wie sie geflogen ist, deswegen hab ich so gesehen Weil ich es kann, wieso beobachtest du mich? Weil ich hab gerade zufällig, weil ich gerade versucht, die Leiter runterzugehen Ah, du willst die Leiter runtergehen, die du gerade noch, die du gerade noch Paaren runtergeschubst hast Luck Was denn? Wie gehen sie denn in die Mauer? Leute, 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 ey Was, 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 was? Sprich mit mir Oh Was denn? Oh Das wusste ich auch nicht Alter Hä? Wie geil ist das denn? Was denn? Was denn? Habt ihr euch teleportiert, oder was? Ja klar Ins Outer Space Aber fett teleportet, Alter Bist du auch unten da in diesem Ding drinnen? Ja, ja Das ist cool Das ist voll geil, ich wusste es nicht Ich auch nicht Da kann ich ja gut für Curry flüchten Natürlich Natürlich Wie immer Kennt man ja, ne? Boah Bwop, boh wop, boh, boh Woe Bist du hier unten, Erik? ich bin noch nicht da unten ich bin noch nicht bekloppt denn ihr beiden seit da werde ich nur gemobbt hallo 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 currymann hey tory, komm mal hier rüber komm tory Curry Curry Tobi das geht nicht Tobi hey Tobi alter Curry Tobi 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 Aaaaaah Tobi bist du das? Ich teleponiere mich jetzt, tschau Äh, ich bin doch nicht bekloppt, ich höre aus das C4, tschau Ach du kleiner Wichsfrosch Der Curry so'n Hoden knust, alter Der ist so ne richtige Pimmelrinde Ich bin der Schubladen Ich bin der Schubladen Ich bin der Schubladen Ich wusste es, ich wusste es Ich bin der Schubladen Ich weiß nicht, ich bin der Schubladen Ich bin der Schubladen Loll 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 Bist du gestorben? Was ist das denn? Hey, warum bist du nicht gestorben? Ich weiß es nicht Weil da in der Animation drin ist Achso, Alter, Curry Curry, du Bob, bist von der schlechte Traitor Ich hab vor der Spiels gewonnen, jeder weiß das Das war cool Wer war das? Curry Hast du die Bombe geworfen oder hast dich da runter gefallen, wenn du blöd warst? Ja, dann war es doch der Eric, siehste Was? Wer hat diesen Diskombulator geworfen? Der ist da oben nicht heimlich runter gefallen Hier, Tobi, dat kannst du haben von mir Das war so dreckig gerade, das war so dreckig Mir egal, ob ich innocent bin Müsst man vielleicht nochmal aufdecken, wer das war Da, Tobi Anna Warte, 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 warte Ich erschieße euch jetzt Anna, Anna, du hast mich voll erwischt, Tobi Du hast mich voll erwischt Hä, das war der Curry, das war ich nicht Hey, du bist healthy, Mann Du bist, hey, hey Hallo Hä, Tobi, du bist gar nicht Du bist gar nicht Chloe Du bist Troll, der Traitor Acht mal Ich bin nicht ohnehin Pan, bist aber gut geflogen Haltungslose, äh Ja Dankeschön, ich hasse dich auch Pan, das sah so schön aus Kannst mich umbringen, Pan, du bist Traitor, oder? Nein, ich bin tatsächlich innocent Leider Das macht mich sehr traurig Schade Ich habe nachher gedankt Ich habe nachher gedankt Ich habe nachher gedankt Ich habe nachher gedankt Ich weiß doch, dass ich keine Munition habe, du Penner Bring ihn um, Tobi, bring ihn um Der wollte schießen Hat es Glück gemacht bei ihm? Ja klar Oh, Erik Der Erik Der Erik So Entschuldigung Das war es mir wert Das war es mir einfach wert Das war es mir einfach wert Das war es mir einfach wert Hä, wo war es das gemacht? Ich bereue nichts Da bist du Traitor Ich bereue überhaupt nichts So Ihr könnt mich gerne dafür bestrafen Ich bereue nichts So Ich muss den heiligen Ball hier rauskriegen Ihr seid so bescheuert Bestimmt ist er gar nicht Traitor, weißt du? Der ist gar nicht Traitor Dobi, das war es mir wert Ich bin nicht Traitor Der Rest ist mir egal Ich bin nicht Traitor Ah, die trägst du auch Wie geil ist das Ich bin die ganzen Timmy-Geschichten für alles einfach Ich bin nicht Traitor Erik, wo bist'n du jetzt? Ja, abgehauen Was glaubt er? Hä, wo kommt man denn hier wieder raus? Hä? Hä, wo gehst du denn hier raus? Oh Gott Das ist ja schrecklich Toi, toi, toi Und eins, zwei, drei Und alle sind hier zwei dabei Aber diese Aufgabe muss jemand erfüllen Was denn? Erik, wo bist du denn? Das kann ich dir noch nicht sagen Welche Aufgabe? Das kann ich dir noch nicht sagen Du wirst es sehen Wenn du es siehst Du wirst es kaum glauben Wo denn? Bei den Bist du meine Mama? Oh, was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Ich kann mich grad gar nicht bewegen So, ich habe es geschafft Strange Was hast du geschafft? Was hast du geschafft? Den heiligen Ball Auch hierhin Da Endlich ist er da Juhu Okay So, also Tobi ist tot Der Das ist Erik Also Erik ist es sowieso Weil der hat halt Der ist halt grad nach unten gegangen Da hat der auch auf C4 geplatzt Dann Darf ich den Oh ja, das ist genau mein Ding Ja und genau in diesem Moment lässt das hochgehen, weil dann denk ich dir ja vor Hä? Ich bin ganz woanders Ach komm Erik Du kannst das überall hochgehen lassen Ich hör's dir auch so Ach so, klar C4 ist gar mein Ding, ich kenn mich auch so gut aus Erik Das zieht nicht mehr Erik mein Schnuggerchen, ich hab dich rausgefunden jetzt Ja, ja, natürlich hast du das Du bist schon der Superman Curry Fahne Ja Lebst du noch? Meine Nase, nein Meine Nase, nein Curry Curry Erik ist es Ey, willst du mich grad verarschen? Ja, ich warte ja Wo ist der denn? Na, welch ist er? Bleibt keine Sekunde in der Nähe Versteckt sich wieder Versteckt sich wieder der kleine Erik da Der sucht den Ball Der sucht den Ball Welchen Ball? Den bunten Ball Ball? Den Ball des Todes Ich hab da so'n schönen Ball da gerade Gedingens Von einen Raum zum anderen gerollt Ich fand das sehr wichtig Oh, oh, Eriklein Komm doch jetzt mal hier entlang Ich will dich erschießen Und dich dann umbringen Und dich dann aufhängen Und dann die Haut abziehen Was? Oh ja, Tobinator Er liegt hier unten auf dem Boden Wenn ich tanze Tanze Bing bong Bing digi 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 Das ist die Soße Quatsch mit Soße Bing bang biggidi bong Quatsch 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 Alter, wer schießt auf mich? Hi Erik Curry schießt auf mich Curry schießt Hä, wieso schießt du auf mich? Okay Curry ist traitor Ach guck mal Du kleiner Wichsfrosch Du kleiner Wichsfrosch Bist du mich verarschen? Du hast den Tobi umgebracht Du bist so ein kleiner Wichsfrosch Ich hab den Tobi überhaupt nicht umgebracht Der ist runtergefallen Ach, der ist tragisch gestürzt Entschuldigung Entschuldigung, okay Oh nein, ich bin gefallen So Der Curry mit seinen Verdachtskills Ah, sorry, sorry Tut mir leid Ah Curry, das geht so nicht weiter Entschuldigung Vielleicht soll ich mal eine Runde aussetzen Nein Als, als Training vielleicht Auf keinen Fall Als mentales Training Und, wie geht's dir? Tobi, was los? Ich habe meine Beweise Das reicht mir Bei mir ist cool random Beendet auf dem Channel Deine Beweisführung ist abgeschlossen Hey Tobi, das kannst du doch nicht sagen Boah Tobi, ey Herr Rangel, Sie hören von meinem Anwalt Herr Rangel Das bin ich, hallo Aber ich muss zugeben Ich bereue es wirklich nicht Es war echt lustig Ich hab mich aber auch rechts an die Kante gestalten Ich hab mich aber auch rechts an die Kante gestalten Ja, ja klar Klar Tobi, du bist einfach unfähig Was hat irgendjemand damit rechnet, dass ich mit der Crowbar irgendwas machen will Ne, hab ich gerade einen Baby gehört? Alter Tobi, hat schon wieder keinen Skin Man Bitte nicht töten Bitte nicht töten Erik, Alter Erik töten mich Geil Du musst noch Huwaa Wachen Huwaa Hilfe Ich hasse diese Leitern Okay, ich hab grad offiziell entdeckt das Pan ein Alien ist. Hä, wieso? Das ist offiziell entdeckt. Du hast grad komische Moves gemacht. Oh ja. Ich male ein Bild. Wo sind denn hier alle? Ich wohne hier. Erik? Ich fühl mich belästigt. Sexuell? Ja, sexuell. Sesuell. Tobi? Ja? Okay. Wo sind die denn alle? Das sieht cool aus mit der Rauchgranate. Ja, ne? Wo seid ihr denn alle? Mit dem Licht auch, das sieht voll geil aus. Echt? Ja. Hi, Park. Park, geh weg, geh weg. Guck mal, guck mal, wenn ich hier rauskomme so. Curry. Curry. So eine Star, wie auf so einer Bühne so, weißt du? Voll geil. Guck mal, guck mal da an Pan. Yeah, Pan, geil. Mega entrance, geil, geil. Machen wir gleich nochmal, komm. Ich bin der Kabine, ciao. Alter, wer war das? Hey, Bro, was, 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 was? Das war Pan mit einer Granate, ach so. Ich hab einen fahren lassen. Man kann sich in diesen Kabinen, kann man sich ja porten, wie geil ist das denn? Hä, wusstest du das nicht? Nö. Kann man überhaupt gar nicht, was labert ihr für eine Scheiße? Ja, natürlich. Doch, mit den Kabinen. Hä? Wo bist du hin? Du musst einfach da rein laufen. Hier Pan, guck mal. Nein, hab ich schon probiert. Hä? Ja, ich hab doch gerade auch geändert. Gerd, mach das mal, mach das mal, mach das. Okay, ciao. Hä? Und jetzt? Das ist ja unfassbar, das ist ja unfassbar. Aber es geht nicht wieder zurück. Hier, kommer ich ja, Werner. Werner, Werner, Werner? Was ist hier los? Entschuldigung, Erich. Ist hier jemand gestorben? Was denn? Ne, was? Wo? Paaren? Ja! Ist das denn da oben für ne hässliche Borde oder Borte? Ding dong, digidugdung! Hey! Vorsicht! Tobi! 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 Ich hab den Finger heute echt am Abzug! Ich merk das schon! Was ist gereizt! Ey, Freunde, was geht denn, ey? Schau! Äh, Bibi? Ja! Du! Ähm Wer lebt denn? Wer ist der Traitor? Thomas? 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 Thomas Tobi Curry? Oh Gott! Ja! Höh! Äh! Sag mal! Hast du jetzt grad einen Grafikfehler oder? Oder ist das wirklich passiert? Du! 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 Ja! Du! 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 Ich bin einfach sehr weit oben. Bist du sicher? Überhaupt nicht! Versteckst du dich vor mir? Nee gar nicht! Aber wo bist du denn dann? Wo bist du? Ich war ziemlich sicher, dass du da bist, wo ich bin. Ja wenn du mir sagst wo du bist, komm ich da hin. Nein. Mach Express Delivery. Ja? Tobi und Kerry reden nicht mehr mit dir. Die halten sich jetzt für was besseres. Das hast du nur mit den Armbeinen gemacht. Ach. Dekoriert. Bewegst du dich gerade? Oder? Ja. Ja, die ganze Zeit. Oh Gott. Diese Leitern. Ach, die Leitern? Du warst oben auf dem Tisch, ne? Ja. Ach, du warst da unten. Ich dachte eigentlich, du wärst über dir. Das wär so geil gewesen. Scheiße. Hat der Erik dich auch im Schacht getötet, Curry? Ja, aber ich wollte gerade sagen, ich stand direkt hinter euch. Ich hab's genau gesehen, weißt du. Scheiße. Ich wollte gerade noch aufschreien und dann war es schon zu spät. Voll die Special Army, weißt du. Nur auf Wadern rein. Ich komm auch mit, oh Granate, ich komm hinterher. Ach schön. Ach naja. Das war Action-Reihe auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Lustig war's auch ein bisschen. Lustig war's auch, ja. Ich fand's auch ein bisschen lustig. Ach, zum Glück bin ich kein Team. Ja, ich weiß. Warte. Was denn? Was bist du wieder, Tobi? Du bist Traitor. Es tut mir leid, es tut mir leid. Tobi, hör doch mal auf jetzt. Tobi, hör doch mal auf jetzt. Hey, kennst du die Teppiche noch? Komm, wir spielen jetzt Auto. Da hab ich früher mal drauf geschissen. Was? Was? Jetzt will ich kein Auto mehr spielen. Wie? Stopp. Ich hab auch früher mal O-Boot in der Bahn. Danke für die Vorfahrt. Alter, Alter, Alter. Du bist auf Fahrschule. Du hättest gar nicht fahren dürfen. Hey, doch. Du hast doch das Stopp-Shield auf deiner Seite, Mann. Nee, das Stopp-Shield ist auf deiner Seite. Tobi, wie sitzt denn so auf der Fahrschule? Hä, ich sag's hier. Du stehst. Loll. Du dreckiger. Nein, 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 nein. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ach, Mann. Na also, Tobi, du bist so ein Widerlich, ne? Tobi ist so ein Widerlich, ne? Nice, Pan. Sauber. Niemand mag Tobi, Alter. Niemand mag Tobi. Alter, ich gucke auf Erik auf einmal. Wir gucken auf Stopp-Shield. Ich wollte, ja, ich beide treffe, Mann. Das hätte doch richtig geil gewesen. Und wir spielen Auto, weißt du? Wir spielen Auto. Wir sind harmlose kleine Kinder, acht Jahre alt. Und der Tobi kommt dann mit seinem fetten Sperr von hinten. Tobi, was ist denn falsch bei dir? Ich seh mich beide treffen dann. Wir müssen ja mal ausprobieren, ob das wirklich mit mehreren geht. Ah, ich hasse es. Wollen wir das mal ganz kurz eben ausprobieren? Aber das ist die Map vorbei, glaube ich, ne? Ja, das ist die Map vorbei, ja. Weißt du? Ey, nimm da irgendwie die scheißverfickte Waffe auf. Ey, Pan, ganz ruhig, ja. Ey, Pan, bitte locker bleiben, okay? Boah, das macht mich wahnsinnig. Ich mein, irgendwann ist auch mal gut hier, ja. Ich glaub, ich will die weiße hätten. Hol mal die Harpune raus und lass mal testen. Komm, Harp. Ich bin Bärbel Schäfer, Mann. Harp, 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 Harp. Hey Curry, 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 hey Curry. Ja, geil. Dafür brauchst du ja keine Harpune, ne? Hä, Alter, dieser Junge, ne? Dieser Junge, Alter. Warte? Ey, was denn? Ich hab's doch gar nicht gesagt. Hast du dem nicht zugehört gerade? Ich hör dem nie zu. Was hast du denn gesagt? Ja, okay. Soll ich das jetzt auch jetzt mal machen. Hey, ich bin Scharkel. Das Einzige, was ich in Curry höre, ist ein krankes Träte. Ich bin voller Sherlock. Stimmt, dabei bin ich gar keiner. Aus Weißenlein. Ah, mein Kopf juckt. Einen Moment. Tobi? 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 Na, Erik, was ist los? Ja. Ich entschwinde in dem Nebel Londons. Wuhuu. Schießt du über den Nebel Londons, oder was? Was ist da los, Leute? Meine Hände sind jetzt da schon so still. Okay, Tobi. Ja. Da liegt die kleine Granate. Jetzt nicht mehr, oh. Hä! 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 Hey! Hey! Es ist vor Schreck die Waffe aus der Hand gefallen. So, wo ist denn der Curry? Ich bin hier oben. Wir haben eine Granate geschmissen. Boah, was war das denn, Alter? Das ging ja ab gerade. Was war das? Boah, heftig, heftig. Ah, geht einfach hier. Boah. Haben wir noch nie gesehen. Heftig, Alter, heftig. Heftiges Ding auf meinen Channel. Heftsch. Heftsch. Richtig heftsch, Alter. Alter, die Pan hat geschissen. Was soll das denn mit, Mann? Da ist irgendwas untergefallen da gerade. Ah! Ah! Oh, was war das denn? Hä? Curry hat endlich mal sein richtiges Lachen rausgeholt, ey. Gophie. Ey. Kann man da keine Granaten hochwerfen? Das geht ab. Bist du da oben? Ja. Okay. Curry? Curry? Ja. Boah, geil. Ich war hier noch nie. Mhm. Das ist doch nicht besonders spannend. Ich wusste nicht, dass es möglich ist für mich. Ist ja gerade mega spannend. Ich finde es blöd, hier runter zu können. Man kann entweder nur springen, oder muss hier halt über die... Oh, äh. Ah! Oh! Aspietchen! Die Kätzchen! Um! Na um! Pla! Schicki, 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 schicter. ham. Du, du, du. Oh, was ist denn hier los? Wer ist denn schweiter, Leute? Lü 필요儿 kann ringer? Du komm mir hier! Ich weiß es nicht nicht! Hey Tobi, nein doch weu. Hier dampft es überall. Hamm, dampfst es hier überall. dachte weuert lägern drin B. Auf dem Boden saßen Männer und Frauen, ihre Leiber glänzten in der Sonne und sie sangen ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor, aber so hab ich's noch nie gehört, so hab ich's noch nie gehört und sie sangen Hallo, ahi, 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 ahi Pan, komm her. Horizon. Tschüss. Irgendjemand ist da gestorben. Irgendjemand hat einen Bumerang fliegen lassen. Alles klar, Curry, wo bist du? Kürziwurst, Kürziwurst. Alles klar, Pan ist es, krass. Nee, Curry ist es trotzdem. Krass, Pan, krass. Lieber Skype, ich hab auch so viel... Willst du mich verarschen? Boah, es ist beschissen. Tut mir leid, tut mir leid. Pan ist es, Opan, ich bin tot. Ich hab's doch nicht mitgekriegt, ich war unkriegt. Auch nicht so mein Ohr. Soll die Scheiße denn, Alter? Pass doch mal auf, ey. Vollidiot, ey. Fett zurückdrücken. Was? Fett zurückdrücken? Ist das so'n Diät-Ding, oder was? Aufspießen, ey. Was? Und jetzt alles? A loa... A loa... A loa... A loa... A loa... Der Achim, Alter. Kennst du es nicht? Pan, ey. Also, ich kenn's nicht, nein. Was? Da spiel ich ja gleich vor, nach der Aufnahme. Oh nein, bitte nicht. Hoch und runter spiel ich das. Bitte nicht. Alexa, spiele Achim Reichelt. Ich weiß nicht, was jetzt passiert bei den Leuten, wenn die selber in der Agenzellertank zuhause haben. Wie hieß denn das Lied nochmal? Weiß das noch? Hallo Ahe, glaube ich. Hallo Ahe? Keine Ahnung. Lange Runden, ne? Wir kommen immer über 20 Minuten jetzt. Ey, das sind alles coole Runden. Was ist denn hier los? Das ging relativ zügig, ne? Ja, relativ fix heute. Das fühlt sich fix an. Weil ich ja die Runden als Trailer nicht mehr bis zu Null gezogen habe, weißt du? Ach so, stimmt. Deswegen machen wir jetzt schneller. Dankeschön. Danke alle, danke. Das ist echt ein cooler Rang. Ich mach das immer extra. Ich mach das immer extra. Damit wir auf 30 Minuten kommen, dann können wir nämlich mehr Werbung reinballern. So 10 Mal. Ey krass, reicht aber schon, wenn du nur 10 Minuten Video machst, dann kannst du doch schon genug machen. Ach so, ich dachte ab 30 Minuten. Ne, ich dachte ab 10. Deswegen sind auch die Videos immer 10 Minuten, eine Sekunde. Ja, 10 Minuten. 10 Minuten für den YouTube Algorithmus und 30 Minuten, um da richtig fett Werbung reinzuklatschen. Das kannst du aber auch bei 10 Minuten. Aber ich kenn mich nicht so aus. Ich kenn mich nicht. Also ich hab mal ein Julienko-Video gesehen. Julienko, Julienko. Hast du, du hast was verlassenes Haus? Nein, das war ein Screenshot. Keine Sorge, ich hab kein View gegeben. Aber das waren 10 Minuten und da war gelb, 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 gelb. Also es funktioniert. Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei Julienko. Nee. Das ist doch so voll sympathisch. Da ist doch diese natürliche Bescheidenheit. Mit ihren Dingen. Der kommt doch auch aus Indien. Der ist ja voll sympathisch. Ja, ich glaube. Ich glaube. Der kommt auch aus Indien, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Geil. Das ist ein Indienwitz. Cool. Hör mal auf jetzt hier, oder was? Ja. Hast du gerne noch mehr, Tobi? Wir können noch gerne eine Folge machen. Mir ist das egal. Aber ich finde ja Pizza. Ja, Pizza. Aber zu fressen. Obwohl, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Komm, komm, das schaffen wir noch. Hä? Hä? Essen jetzt. Tschüss. 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 Haben wir nicht gesehen. Ich muss das ausblenden. Ich muss dran denken, bitte. Hallo. Passwort ist das.